Heute gibt es Empanadas, aber nicht wie sie eigentlich die meisten kennen. Ich zeige dir heute, wie du so schöne Tassen mit Porzellan-Broth-Prinz belättern kannst. Ich bin der Blumenmann und heute teile ich meine DIY-Idee. Eines der großen Probleme zu Weihnachten ist ja die Sache mit dem Schenken. Das weiß auch mein Freund Udo. Es ging wirklich schnell. Zitronenspeise oder Zitronencreme, je nachdem wie sie bei euch genannt wird. Ich mache euch mal ein peruanisches Gericht und zwar eine original peruanische Ceviche. Frohe Weihnachten!